Oktober Golden und was passiert danach? Hallo und ein aller herzliches Glück auf zu einem neuen Bericht über die aktuelle Wetterlage und den weiteren Trend in Bezug auf eine Wetterlage, die sich gegen Mitte Oktober einstellen könnte. Und ich hatte ja schon bereits in dem letzten oder vorletzten Video, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, habe ich ja schon mal angesprochen, dass ich persönlich mit Oktober Schnee rechne, so oberhalb von 500-600 Metern zumindest, was vor allen Dingen die östlichen Mittelgebirge, die Mittelgebirge in der Mitte Deutschlands und vor allen Dingen auch den Süden von Deutschland betrifft. Aber das schauen wir uns jetzt alles genauestens an, denn eine gewisse Wetterlage, die dafür zuständig wäre, könnte sich nach dieser relativ milden Episode wieder einstellen. Das schauen wir uns jetzt aber alles genauestens an und starten einfach mal mit dem aktuellen Satellitenbild von Deutschland. Wir erkennen jetzt hier die Restbewölkung, die jetzt hier nach Osten hin rauszieht und wir erkennen auch schon dieses Aufwölben, dieses Höhenrückens, wo aus Südwesten eben dann mildere Luft herangeführt wird und natürlich dann auch Wolkenauflösung, Hochdruck sich etabliert und allgemeines Absinken eben dann für die Wolkenauflösung der Grund ist. Schauen wir auf die Wetterlage, wie entwickelt sich die ganze Geschichte jetzt weiter. Wir haben hier aber Deutschland, das bereits eben angesprochene Hochdruckgebiet, welches dann am heutigen Tage ja weiterhin Richtung Osten bzw. Richtung Balkan abzieht, wir unter diese Südwestkomponente geraten und korrespondieren dazu mit diesem Langwellentrugartigen System eben diese milde Luft nach Deutschland geführt wird bzw. nach Mitteleuropa geführt wird. Am Mittwoch kommt dann in den Nordosten so eine kleine schwache Kaltfront reingezogen. Dort kann es eben sein, dass gerade im Nordwesten ein kleines bisschen Regen fällt, aber diese Front wird dann sehr wahrscheinlich in die Mitte von Deutschland schon gar nicht mehr als Regen irgendwie sich bemerkbar machen, sondern eher so als höhere Bewölkung und relativ trocken wird das dann einhergehen. Denn es ist so, dass die Modelle jetzt ein neues Hochdruckgebiet auf der Agenda haben, vor allen Dingen dann am Donnerstagabend und Bezug auf den Freitag dann, wo dann gegebenenfalls noch einmal mildere Temperaturen erreicht werden könnten, die wir uns jetzt gleich mal zu Gemüte führen, was da jeden Tag so bei rauskommen könnte. Also ja, oben rechts sehen wir schon, es ist schon der Samstag jetzt und da können wir erkennen, wie hier aus Nordwesten eben dann wieder so ein kleines bisschen Tiefdruckaktivität zu verzeichnen sein wird. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen zu weit hin und dann auch wieder ein Hochdruckgebiet, welches natürlich dann wieder nach Osten abgedrängt wird und wir wieder auf diese eher mildere Rückseite geraten werden. Schauen wir uns mal die Temperaturen in 850 Hektopascal an, wie sie sich verhalten. Wir sehen hier die aktuelle Berechnung des GFS-Modells mit dem 6er Lauf und wir können erkennen, das Gelbe ist die 10 Grad Isotherme in 850 Hektopascal bzw. 1500 Metern Höhe. Und das deutet im Prinzip schon mal an, dass 10 Grad in 1500 Metern Höhe herrschen werden, was im Prinzip auch so viel sagt, dass eben trockenaddiabatisch die Nullgradgrenze bei ungefähr so 2500 bis 2600 Metern Höhe liegen dürfte. Und dementsprechend dann auch der Alpenschnee so gut wie wieder weggespült werden wird bzw. wegschmilzt. Dann ist es sogar so, dass gerade im Alpenraum sogar die 15 Grad Isotherme tangiert bzw. überschritten wird. Und das würde im Prinzip bedeuten, dass die Schneefallgrenze bzw. die Nullgradgrenze schon auf Zugspitzniveau eben ansteigt am Mittwoch. Und diese Temperaturen bzw. diese Luftmasse ist dafür verantwortlich, dass wir vor allen Dingen jetzt nochmal Golken im Oktober kurzzeitig spüren werden. Und dementsprechend dann, wie eben bereits erwähnt, nochmal so ein bisschen weiteres Hochdruck aufwülpen dann gegen Donnerstag und Freitag, wo vor allen Dingen im Süden dann nochmal relativ milde Luftmasse reinkommt. Aber auch relativ schönes Wetter dann so ein bisschen sich bis zum Wochenende vollziehen wird. Und wir erkennen das dann auch in Bezug auf die Temperaturen. Die Sonne kann schön einstrahlen und wir sehen hier die Maximaltemperaturen oben rechts für den heutigen 4. Oktober. Und da können wir erkennen, dass die Temperaturen gerade in der Mitte so um die 18, 19 Grad liegen werden, aber auch Richtung Preiskauf um die 20 Grad. Am morgigen bzw. in der Nacht zu morgen ist es dann so, ja, einstellige Maximalwerte ist ganz klar. Die Sonne hat einfach bzw. der Tagesgang ist einfach nicht mehr so lang. Und dementsprechend können die Nächte auch mal ordentlich auskühlen an den Küsten durch das warme Wasser. Ja, ein bisschen milder, aber ansonsten eben relativ kühl, ja. Am morgigen Mittwoch ist es dann so, dass verbreitet über 20 Grad gemessen werden können. Und vor allen Dingen nördlich bzw. nordöstlich der Mittelgebirge ist auch davon auszugehen, dass so ein kleines bisschen Föhneffekt mit reinkommt. Und dementsprechend auch so um die 3, 4, vielleicht auch 25 Grad gegebenenfalls erreicht werden können. Ja, also dementsprechend ist es gerade so im Raum Stuttgart oder Augsburg die ganze Gegend. Dort kann der Föhn sehr wahrscheinlich ein bisschen was bewirken, wodurch dann eben Temperaturen bis um die 24, gegebenenfalls auch wirklich 25 Grad Celsius eben gemessen werden können. Da muss man schauen, wie die Durchmischung ist, wie der Wind da eben im Prinzip den Föhn bzw. föhnige Wetterlaken eben etablieren kann. Wir sehen das hier auch sehr gut mit der Eifel und nördlich davon Richtung Ruhrgebiet aus 23, ebenfalls auch 24 Grad Celsius, ja, bei Einstrahlung in den Stadtkessel hinein. Gegebenenfalls auch wirklich nochmal kurzzeitig für ein, zwei Stunden, vielleicht mal einen Sommertag mit über 25 Grad knapp, sind da morgen möglich. Ja, dann die Nacht brauchen wir nicht weiter diskutieren. Zweistellige, gegebenenfalls auch mal einstellige Höchstwerte. Im Osten sieht man immer noch die warme Temperatur anliegen. Dort ist es wahrscheinlich so, dass sich weiterhin so ein kleines bisschen Föhn etablieren wird, wodurch dann die Nacht zum Donnerstag sehr, sehr mild verlaufen wird mit so um die 13, 14, 15 Grad Celsius. Ja, das ist schon relativ hoch für einen 6. Oktober. Dann ist es so, am Donnerstag wird es ein bisschen weiter abkühlen. Ja, da kommt dann eben diese schleifende Kaltfront so ein bisschen rein. Und durch die Einstrahlungsdämpfung der Reste der Kaltfront kann es dann eben sein, dass die Temperaturen nicht mehr so hoch gehen, aber dennoch 17, 18 Grad absolut vertretbar. Ja, danach zum Freitag dann wahrscheinlich so ein bisschen aufklarende Luftmasse. Es wird nicht mehr so viel Druckradienz sein. Dementsprechend kann es auch sein, dass die Luft ein bisschen in den Tälern zum Erliegen kommt. Nebelbildung, gegebenenfalls auch ein kleines bisschen Bodenfrost, auch wenn man das jetzt hier auf dem grob aufgelösten Modelloutput jetzt hier nicht so sieht. Aber gerade in den Tallagen der Mittelgebirge Röhn, Thüringer Wald und auch Erzgebirge ist gegebenenfalls ein bisschen Bodenfrost möglich. Ja, der Freitag dann schon wieder. Das ist im Prinzip dann schon die Auswirkung des zweiten Hochdruckgebietes, was ich schon eben bereits erwähnte. Dort im Osten nochmal um die 20 Grad Celsius möglich und auch unmittelbar am Alpenrand durch gegebenenfalls einen phönigen Effekt. Auch nochmal 20 Grad Celsius. Also sprich, bis zum kommenden Wochenende haben wir sehr, sehr gutes Wetter für den Oktober. Ja, und wir können auch erkennen, ja, die Nacht dann, beziehungsweise die Nächte, dann kommt das Wochenende. Das brauchen wir uns alles gar nicht angucken. Von Details her, das ist einfach ein bisschen zu weit weg. Was man aber sagen kann, vom Trend her, bis zum Montag, den 10.10., ja, sieht es so aus, dass es relativ trocken bleiben wird bis, ja, auf die Küsten, ja. Ansonsten wirklich bis ein, zwei Liter Richtung Norden, auch mal drei, vier, fünf Liter auf den Quadratmeter möglich, ja. Ein bisschen Schaueraktivität gegebenenfalls über den Alpen, aber ansonsten sehen wir das sehr, oder relativ trockenes Wetter bis ungefähr Montag, den 10.10. Gut, danach ist es so, die Wetterlage wird sich sehr wahrscheinlich umstellen, ja. Wir erkennen das jetzt nochmal, also ich würde jetzt einfach mal auf den 10.10. vorne weg springen und da erkennen wir, dass diese Westlage, die wir jetzt immer wieder hier sehen, ja, wir können es einfach mal hier Deutschland merken, das mal ein bisschen reflektieren. Aus Westen kommen immer wieder Tiefausläufer rein, die dann so ein kleines bisschen, ja, über Mitteleuropa absterben und keine große Wetteraktivität mehr haben und dementsprechend mit dem Hochtourgebiet hier über dem Balkan dann immer wieder so ein kleines bisschen eine Südwestkomponente reinkommt, was eben uns das schöne Wetter beschert. Und dann ist es aber so, dass hier gerade über den Azorn ein Hochtourgebiet sich etabliert, welches dann im weiteren Verlauf, ja, sich hier mit einem Hochtourgebiet über Neufundland, wenn man das jetzt hier nochmal so schön sieht, Neufundland ist hier, wo ja, wo dieser Mauszeiger ist, ja, und hier schiebt sich eben so ein Hochtourgebiet rein und gibt im Prinzip mit dem Hochtourgebiet über den Azorn so einen kleinen Keil und dementsprechend, ja, ein Hochdruckgebiet dreht sich eben mit dem Uhrzeigersinn antizyklonal und dementsprechend wird hier aus dem Norden, hier können wir das schön sehen, mit dem Tiefdruckgebiet kalte Luftmasse advogiert, welche dann eben weiter in die maritimen Bereiche vordringen kann und hier 5b-Wetterlagen ausgelöst werden. Wir sehen das jetzt hier im Golf von Genua wird ein 5b-Tief ausgelöst, welches dann mit 5b-artiger Zugrichtung, ja, Richtung Nordosten zieht. Ich möchte dazu sagen, diese Wetterlage, so wie sie hier ist, dieser Hochdruck über dem Atlantik und dieser Tiefdruck über dem Kontinent, diese Wetterlage war jetzt dafür ausschlaggebend, was im September los war. Viel zu kalt, viel zu nass. Und es ist eben so, dass diese Wetterlagen kurz einbrechen, das werden wir jetzt die kommende Woche, beziehungsweise diese Woche jetzt erleben. Und dann ist es aber so, dass diese Großwetterlagenkonstellation immer dazu neigt, dass sie sich wiederholt. Aber dann ist eben im Prinzip schon, wie ich bereits in den letzten Videos erzählte, die kaltere Luft schon da, beziehungsweise kann mehr angezapft werden. Und dann sieht es eben danach aus, dass wir hier sogar schon die ersten Schneesignale drin haben, wenn wir hier mal genau schauen, ja. Hier sind schon lila Bereiche drin, aber wie gesagt noch sehr weit weg. Der Modelloutput ist denn noch entscheidend. Die Großwetterlage scheint sich gegen Mitte Oktober wieder umzustellen. Und das ist das, was ich schon bereits immer wieder erwähnte. Denn wenn wir uns jetzt mal das Ganze zu Gemüte führen, ja, und die Wetterlage für das 5b tief nehmen. Ich weiß, das ist Kaffeesatzleserei. Wir brauchen da jetzt auch gar nicht weiter drüber reden. Und diejenigen, die es nicht interessiert, die können auch gerne abschalten. Es ist halt trotzdem so, dass der Modelloutput dahingehend schon sowas auf der Agenda hat, dass eine mögliche Großwetterlagenumstellung, ja, oder, wie soll man sagen, eine Fortsetzung der Wetterlage vom September, dass eben schon die ersten Schneesignale dadurch, wenn alles passt, eben, ja, zu verzeichnen sind, ja, oder sein können. Und das erkennen wir jetzt hier. Das 5b-Tief kommt aus Süd- bzw. Südwest reingezogen. Und da erkennen wir hier, ja, mit der Eindrehung über dem Erzgebirge sinkt die Schneefallgrenze schon um die 500 bis 400 Meter ab. Ja, und da muss natürlich wieder alles passen. Die Isothermie muss stimmen. Kann der Niederschlag den, wie soll man sagen, die Luftsäule so abkühlen, dass der Schnee auch weiter runterkommt. Aber was ich damit sagen will, ist, die Wahrscheinlichkeit für Oktoberschnee ist nach wie vor gegeben, ja. Das wird natürlich im nächsten Rechenlauf schon wieder ganz anders aussehen. Aber es kann auch sein, dass die ganze Geschichte dann so in 3, 4, 5 Tagen für den berechneten Zeitraum jetzt hier wieder berechnet wird. Das ist erfahrungsgemäß so. Und das ist schon ein sehr interessanter Modelloutput. Was ich nochmal ausdrücklich damit sagen will, das wird so nicht kommen. Und das muss auch nicht so für Barre Münze genommen werden. Es kann aber sein, dass sich so eine Wetterlage tatsächlich um diesen Zeitraum Mitte Oktober dann einstellt, ja. Nur weil das jetzt hier genau für den 17. um 18. UTC berechnet wird, heißt das nicht, dass das genau so kommt. Aber so eine Großwetterlagenkonstellation mit den 5B-Tiefs an der Vorderseite, ja, das ist möglich. Absolut möglich, ja. Und dann sehen wir dann eben, wie die ganze Sache auf Nord- bzw. Nordwest, so ein bisschen maritim kippt, ja. Gut. Wir haben hier die erste Schneekarte, die wir uns damit zu Gemüte führen. Und dementsprechend durch dieses 5B-Tief, ja, über die Wetterzentrale hier ein kleines bisschen anders aufgelöst als über WX-Charts, kann man hier schon die ersten Schneehöhen sehen, ja, wo es für das Erzgebirge oberhalb von 500 Metern schon um die 15 Zentimeter berechnet werden. Und in den Kammlagen des Erzgebirges auch so um die 20 Zentimeter kommt natürlich alles wieder darauf an. Wir erkennen aber auch, dass in den Alpen, ja, der Winter einbrechen würde ab Mitte Oktober. Wie gesagt, alles noch nicht für Bache und Münze zu nehmen, um Gottes Willen auch nicht sagen, oh Gott, er hat gesagt, es kommt Schnee im Mitte Oktober. Nein. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch aufgrund der Großwetterlagenkonstellation, ich wiederhole mich, sehr wahrscheinlich, dass es eben Mitte Oktober und Ende Oktober den ersten Schnee geben könnte, gerade in den mittleren Regionen und auch in den höheren Lagen der Mittelgebirge. Das ist einfach so. Das muss man einfach auf der Agenda haben. Wenn man sich, oder wenn man reflektiert, wie kalt der September jetzt schon war, wie gesagt, also auf dem Fichtelberg hat es schon die ersten Schneeflocken gegeben, auf den Großen aber genauso. Also da ist das absolut nicht von der Hand zu weisen, dass einen Monat später bei derselben Großwetterlagenkonstellation dann eben der Schnee auch weiter runterfällt. Ja, dementsprechend alles noch ganz in Ruhe, ja, mit einem abschließenden Blick auf Anderberg-Buchholz, das Ensemble mit den, ja, 13, äh, Quatsch, 30 verschiedenen Members, die wir hier im Bund finden und das rote Klimamittel 1981-2010, wo wir erkennen, sind wir drüber, sind wir drunter, sind wir im Mittel, ja, und wir erkennen auch in Bezug auf den Spread, wie weit liegen die Grafen auseinander, ist die Prognose relativ sicher anzunehmen, oder ist es eher unsicher. Und da erkennen wir, dass die Grafen jetzt gerade für die kommenden Tage, ja, relativ einheitlich übereinander liegen, ja, bis auf so ganz kleine Abweichungen. Und dann ab um den 10. und 12. Oktober so herum dann so wieder so ein Spread reinkommt und das meinte ich eben, dort geht es dann eben wieder los. Die Großwetterlage wird sich sehr wahrscheinlich ändern. Das hochdruckbasierte, trockene Wetter wird gegebenenfalls es enden und wir sehen, dass hier der Trend ein kleines bisschen nach unten geht, ja, und die Niederschlagsignale natürlich auch wieder nach oben gehen. Und dementsprechend ist das auch wieder ein Indiz dafür, dass sich die Großwetterlage wieder einstellen wird, die wir im September hatten. Wie gesagt, meine Einschätzung, meine Erörterung in Bezug auf den Modelloutput bitte nicht für wahre Münze nehmen, annehmen und gegebenenfalls, ja, sich seine eigene Meinung bilden. Ich bin natürlich gespannt, was ihr zu dem Winter sagt, wie er wird. Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben. Bin sehr gespannt darüber, was ihr davon so haltet, ja. Im nächsten Video werden wir uns dann mal mit dem Polarwirbel beschäftigen, denn der Polarwirbel gibt sowieso erst mal den Takt an, was hier bei uns in Bezug auf Winter oder sowas, ja, was da über passieren kann, ja. Ansonsten wünsche ich euch erst mal noch einen schönen Start in die kurze Woche jetzt, ja, nach dem Tag der Deutschen Einheit. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, ja. Mit der Familie was unternommen, seid gewandert oder sonst was, ja, wart auf dem Oktoberfest zum Beispiel. Und, ja, ansonsten, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Glück auf, bis später und ciao.